18. December, wunderschön, guten Morgen! Er lässt sich sehr unkompliziert verbinden und steckt ihn einmal in den Lightning-Port und dann ist die Kopplung geschehen. Der Batteriestand vom Pencil lässt sich direkt am iPad einsehen. Die Kappe, die den Lightning-Anschluss verbirgt, ist leicht magnetisch, trotzdem ist sie ein bisschen ungünstig. Ich finde ihn außerdem nicht griffig genug. Ich hoffe, ein Drittanbieter mit einem kleinen Gummiring löst das in Zukunft für mich. Ich muss den Pencil nicht direkt am iPad unterbringen. Ich glaube aber auch dafür werden bald Cases von Drittanbietern hergestellt und angeboten. Man kann nicht dick genug unterstreichen, wie grandios die Handballenerkennung ist. Die Software ist sogar so clever, dass wenn ein anderer Finger den Bildschirm berührt und aus Versehen irgendeinen Strich setzt, dass sie es nachträglich zurück korrigiert. Das funktioniert extrem gut. Handschriftliche Notizen erscheinen ohne Verzögerung, ohne sichtbare Verzögerung auf dem Bildschirm. Apple sagt so, das ist zu 95% verzögerungsfrei. Es bleibt so ein kleiner Restbereich, aber den kann man mit dem bloßen Auge wirklich schwer feststellen. Diese Hardware in Version 1.0 muss man sagen, wartet jetzt nur noch auf die Software. Die Apps müssen angepasst werden, sodass das iPad Pro mit Pencil-Unterstützung bedacht wird.